Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Um in der Kluft der Beschwörer zu gewinnen, musst du den Nexus der gegnerischen Basis zerstören. Auf diesem Richtfeld gibt es drei Lanes mit eigenen Türmen, Inhibitoren und Wellen von Vasalen. Dein Training wird eine Reihe von Quests und Tipps umfassen, die dich zum Sieg führen werden. Ein Quest wurde in deine Questliste aufgenommen. Primärquests sind Aufgaben, die dein Team erfüllen muss, um die Schlacht zu gewinnen. Sekundärquests sind optional. Allerdings können diese deine Siegchancen erhöhen und du erhältst durch sie zusätzliches Gold. Gut gemacht! Du hast einen Tipp erhalten. Klicke auf das Tippsymbol über der Minikarte. Gut gemacht! Achte auf die Tipps, die während der Schlacht erscheinen. Normalerweise erscheinen die ersten Vasalen nach 90 Sekunden. In diesem Training werden sie allerdings erst erscheinen, wenn dein Champion die Basis verlassen hat. Du bist bereit, dein Training zu beginnen, Beschwörer. Kaufe einen Gegenstand beim Händler und verlasse die Basis, um die Schlacht zu eröffnen. Im Namen des Königs. Nicht alle Champions benutzen Mana, um zu zaubern. Ich bringe Gerechtigkeit. Die Spiele sind erschienen. Kenne das Schlachtfeld. Schlage dich bis zu einem gegnerischen Turm durch und zerstöre ihn. Ich bin bereit. Nutze Gebüsch und hohes Gras zu deinem Vorteil. Ich zeige euch, was ich habe. Erschlage gegnerische Vasalen. Ich führe den Angriff an. Verdiene zusätzliches Gold, indem du Todesstöße gegen Vasalen erzielst. So, um Schuss unseres Landes. ��릴게요! Was ist das? Ohne Verzögerung. Erstes Blut. Ein Gegner wurde getötet. Immer weiter. Jeder Champion besitzt eine passive Fähigkeit. Bleibe nahe an Kämpfen, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Ohne Verzögerung. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Zum Schutz unseres Landes. Ein Gegner wurde getötet. Der Sieg wartet. Benutze den Rückrufzauber, um zur Beschwörerplattform zurückzukehren. Ein Gegner wurde getötet. Bleib hinter den Verbündeten Basalen. Lüftet euch nicht. Ich bin zur Stelle. Lüftet euch nicht. 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 Du kannst alles beobachten. Schalte die ultimative Fähigkeit deines Champions frei. Du hast sehr viel Gold. Zum Schutz unseres Landes! Immer weiter! Jetzt kommt er aus. Schau. Ich bringe Gerechtigkeit. Betrete den Dschungel und besiege die Wölfe. Rechts klicke die Minikarte, um an den gewählten Ort zu laufen. Fürchtet euch nicht. Ich bin zur Stelle. Der Siege die Geister im Dschungel. Neutrale Lager mit Vasalen erscheinen auf beiden Seiten der Karte. Zum Schutz unseres Landes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017